Hallo, mein Lieben! Ja, ignoriere meine Schwester da hinten. Heute gibt es ein ganz, ganz kurzes Video für euch. Und zwar habe ich gestern eine Packstation eingerichtet, weil ich ganz oft danach gefragt werde, ob man uns Fanpost schicken kann. Und ja, ab heute ist es möglich. Wir haben die Golden Card bekommen. Das ist die goldene kleine Karte von DRL. Das heißt, dass wir in die Packstation rein können und die Pakete rausholen können. Das heißt, ihr könnt jetzt ab heute offiziell eure Pakete zu uns schicken. Das heißt, an unsere Packstation. Und dort kann ich sie dann mit der Golden Card abholen. Und ja, ich hoffe, dass ihr uns einige Sachen schenkt und schickt. Und wenn ihr uns einen Briefumschlag mit, ähm, wie heißt das? Briefmarke? Und eure Adresse drauf schickt, dann werde ich euch auch eine kleine Sache zurückschicken. Und ja, dann sage ich euch jetzt noch kurz, wie ihr das alles machen müsst. Also hier seht ihr einmal alles, was ihr auf das Paketchen draufschreiben müsst. Das ist dann einmal mein Name. Danach kommt unsere Postnummer. Und dann die Packstation und der Ort, in der die Packstation steht. Also, das müsst ihr alles da draufschreiben, genau in der Reihenfolge, wie es hier halt steht. Und dann kommt es an die Packstation und dort kann ich es abholen, wenn ich eine SMS von DHL bekommen habe, dass die Packstation voll ist. So, also so klappt das Ganze. Und ja, so läuft es dann ab, wenn ihr mir, wenn ihr mir oder uns was schickt. Und ja, ich hoffe, wir bekommen zahlreiche Geschenke oder so. Und ich werde es natürlich auch in einem Video auspacken dann, wenn es viele Pakete sind. Und wie gesagt, wenn ihr uns einen Briefumschlag mit Briefmarke und Adresse drauf zurück, also mit dabei schickt, zum Beispiel in ein Paket oder so, dann werde ich auf jeden Fall etwas zurückschicken. Und ja, dann würde ich sagen, das war es auch schon. Ich wollte euch nur kurz erklären, wie unsere neue Packstation funktioniert. Ganz unten in der Infobox findet ihr nochmal alle wichtigen Daten. Und ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.